Farmerama Willkommen auf der schrägsten Farm der Welt. Jetzt gibt's das erfolgreiche Browser-Game auch als Brettspiel. Wer von euch beweist sich als der schlauste Bauer? Rein in die Gummistiefel und rauf auf den Acker. Hier wird geklotzt und nicht gekleckert. Dein Geschick als Farmer entscheidet über Erntesegen oder Misserfolg. Wer am cleversten sein Ackerland bestellt und seine Tiere füttert, sammelt am erfolgreichsten die begehrten Sterne. Aber hast du auch wirklich den ganzen Hof und deine Konkurrenten im Blick? Nur wer zur richtigen Zeit sät, bewässert, füttert und erntet, geht zum Schluss als Sieger hervor. Ob allein oder mit bis zu vier Spielern, Farmerama ist der coole Spielspaß für alle Freizeitbauern und Profi-Farmer. Haben die Schafe nicht zu fressen, hat sie der Bauer wohl vergessen.